Also, wie ist das mit euren Ex? Wer hat hier am meisten Angst? Finger zusammen, Boy. Aber du hattest sowas noch nie auf der Hand, oder? Boah, die ist so leicht. Holy Shit. Das Netz ist auch ziemlich stark. Ja, aber ist das Ekelhaft? Nein. Guck mal, wie der schon... Okay, Sebastian, es kann nichts passieren. Bist du bereit? Ja! Okay, die geht jetzt drauf. Es ist alles entspannt, es ist alles super. Gleich mal los. Digga, kratz mich mal nicht! Okay, alles gut, entspann dich. Ja, es ist auch entspannt. Ob ich das süß finde? Ja, wenn der so... Echt gut für Sie. Was ist es? Wie ist es? Imperator klingt irgendwie schon so nach... Gefährlich, oder? ...was nicht geil ist. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es der Skorpion ist. Das finde ich nicht gut. Das ist schon mal korrekt. Wenn wir es wissen, dann sind wir durch. Das ist das Ding, was mich umbringen kann, ne? Ich finde auch nicht haarig. Das ist flauschig. Auch wieder. Ja, es ist auch... Also es ist eine... Die ist so ganz samtig.